Die Siedler haben im Westjordanland faktisch einen eigenen Staat aufgebaut. Er funktioniert nach ihren Gesetzen. Sie terrorisieren nicht nur Palästinenser, stecken deren Olivenplantagen an, fackeln Autos ab, zünden Moscheen an. Die Gewalt der Siedler richtet sich jetzt auch gegen die israelische Armee, die Besatzungsmacht im Westjordanland, die sie beschützt. In dieser Woche bliesen rechtsextremistische Angehörige der sogenannten Hügelspitzenjugend zum Sturm auf die Armee und auf die Palästinenser. 50 radikale Siedler stürmten eine Basis des israelischen Militärs im Westjordanland, die sogenannte Ephraim-Brigade. Sie warfen Steine auf Soldaten, verbrannten Gummireifen und zerstörten mehrere Militärfahrzeuge. Ein Offizier der Armee wurde leicht verletzt. Für Verteidigungsminister Barak ist das Terror von Juden gegen Juden, wie er im Armeerundfunk sagte. Das sind äußerst ernste Dinge. Dinge, gewalttätige Aktionen krimineller Gruppen von Extremisten im Westjordanland. Ich sehe darin Terror aus unseren eigenen Reihen. Das ist ein jüdisches Produkt und das ist auf keinen Fall akzeptabel. Ich bin überzeugt, dass jeder notwendige Schritt unternommen werden muss, einschließlich der Anwendung von Notstandsgesetzen, Ausweisungen und Administrativhaft. Man muss sie genauso behandeln wie Verbrecherbanden oder Terrororganisationen. Hätten Palästinenser den Armeestützpunkt angegriffen, wären sie jetzt nicht mehr am Leben. Darin sind sich die meisten Beobachter in Israel einig. Mit ihrer Attacke wollen die Siedlerjugendlichen die Armee von den geplanten Räumungen von Siedlungsaußenposten ablenken oder abhalten. Innerhalb von 48 Stunden griffen sie nicht nur die Armeebasis an, sondern drangen auch in ein militärisches Sperrgebiet an der Grenze zu Jordanien ein. Sie blockierten eine Hauptverkehrsstraße im Westjordanland und warfen Steine auf vorbeifahrende Autos von Palästinensern und auf israelische Soldaten. Im Zentrum von Jerusalem zündeten sie eine Moschee aus dem 12. Jahrhundert an. Auf die Wände schmierten sie ihre Parolen. Muhammad ist tot und Muhammad ist ein Schwein. Die israelische Politik muss jetzt mit den Folgen der über vier Jahrzehnte andauernden Siedlungspolitik fertig werden. Lange haben Politik und Gesellschaft untätig der Radikalisierung der Siedler zugesehen.